so wie kriegen wir das dahin lesen tot den die vom weg abkommen okay er fangen wir oben links an der mitte des also ganz rechts dürfen nicht drauf latschen was haben wir denn hier für symbole vielleicht sollte man damit anfangen wo eins bei kreuze der piratenkopf da ist der piratenkopf andersrum auf den kopf gestellt also sollten wir hier oben nicht drauf latschen hier geht hier müsste auch gehen da dürfte auch gehen nein da dürfte nicht gehen verdammte hacke verdammte hacke hier ist okay hier ist okay zweiten ist ein schiff hier haben wir die drei kreuze drei kreuze und dann das obere linke feld hier dürfen wir nicht drauf hier dürfen wir drauf oder nein da dürfen wir auch nicht drauf ach das wird jetzt wieder so eine lustige aufgabe weil es der kalle so gar nicht kann hier drauf hier drauf beim schiff sind die oberen zwei doof der so steht ist da ja also dürfen wir nicht drauf und hier dürfen wir auch nicht drauf oder doch wir probieren es doch hier dürfen wir drauf hier dürfen wir aufs schiff nicht drauf ist das ein mist ey die waren zwei sind doof wie kommen wir denn hier rüber warte wenn ich da jetzt drauf drückt ist es genau da müssten wir drauf gehen so ist es auch nur mal so zum test so passt mal auf so die oberen zwei sind doof das heißt hier dürfen wir drauf treten können ja hier dürfen wir auch drauf treten können so sieht es aus da wiederum dürfen wir nicht drauf treten hier dürfen wir nicht drauf treten richtig richtig ach genau da haben wir jetzt das das heißt ja da unten wenn wir hier drauf treten gehen wir drauf das ist ja echt eine üble nummer hier kommen wir nicht weiter hier kommen wir nicht weiter zwei sind auch doof hier dürfen wir drauf hier dürfen wir drauf ja aber dann verließen sie ihn dann wollen wir dann nicht weiter kommen hier gehen wir drauf hier gehen wir drauf beim piraten müssen wir hier rüber oder das untere linke ne ey hier dürften wir doch mal wollen wir was riskieren komm okay das war ein guter folge mir einfach okay bleib los ich bin immer vorsichtig sagt der Kerl der jede Mumienbombe hier ausgelöst hat ja weißt du ich habe nicht viel Erfahrung mit Mumienbomben danke so pass auf da haben wir das Schiff beim Schiff sind die oberen zwei doof ne ja genau hier haben wir den da ist das unten links doof also in dem Fall das da das heißt wir dürfen hier dürfen wir noch drauf treten genau beim Schiff sind die oberen ja okay das heißt hier rüber hier rüber dürften wir auch sieht's aus so weit so gut ja Knopper auf Holz besser nicht wer weiß was passiert ja stimmt da haben wir dann die zwei Kreuze wieder und bei den Kreuzen ist nur eins und zwar oben links das heißt hier dürfen wir auch noch drauf ja boah das ist gar nicht so einfach beim Pirat ist es unten rechts das heißt hier dürfen wir hier dürfen wir drauf genau so dann haben wir hier wieder da können wir nicht rum boah das ist gar nicht einfach Alter wie kommen wir denn jetzt hier weiter ähm da ist es die Kreuze ist oben links naja da können wir nicht rüber laufen hier sobald wir eins von den Dingern berühren gehen wir drauf ja das weiß ich auch ich kann mir das nicht merken sind doof hier kommen oder doch hier müssen wir jetzt müssen wir rüber kommen ja ja so und jetzt da will ich lieber nicht runter da jetzt drauf flatsch gehe ich drauf oder oben links da stehen wir gerade drauf hm nicht als drauflauf gehe ich drauf sag ich doch nein nein so darum 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 darüber dann dürfen wir hier rüber hier rüber in alle Richtungen gehen wir jetzt drauf ich kann auch nicht springen das wäre ja viel einfacher ne nicht nur oben links das wäre in dem Fall da das ist vielleicht auch der falsche Weg vielleicht muss ich doch hier rüber rüber hier rüber aber hier sind doch nur genau das und rechts rechts das heißt hier rüber kann ich darüber kann ich ja genau so war es alter da kommen wir raus ist das der Rest von Tues Leuten ja sieht so aus Avery hat ja an seinen Feinden gerne ein Exempel statuiert und er bastelt sie gerne explodierenden Medien ja lass uns hier vorsichtig sein so jetzt geht die Tür wahrscheinlich nicht auf sag ich doch schlüsse 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 warte wenn es eine Falle ist ja aber ich fürchte dann keine andere Wahl super aber ich habe ein ganz gutes Gefühl ja dann los das ist schon mal keine Falle das ist gut war ja klar wenigstens wurden wir nicht in Stücke gesprengt oh Gott jetzt geht es auch noch auf Zeit komm nochmal jetzt kommt Schneid sieh zu Junge oh Gott braucht der lang und jetzt Entdeckung alter Entdeckung los schnell schnell oh oh Gott ich seh gar nix wow da geht was wow danke Captain Avery wie in alten Zeiten äh Elena Elena hey hey Elena komm schon Elena äh mein Held nein das glaube ich nicht nein das ist nicht blitzig du hast doch schon viel Schlimmeres angestellt Mann ich habe fast einen Herzinfarkt bekommen lass mal hören hört sich doch gut an dir ist klar dass wir jetzt für alles quitt sind was ich je angestellt habe ja ja für alles nein nicht mal ansatzweise Mann du hast überall Dreck weißt du dass du eine komische Vorstellung von Romantik hast ja ja das habe ich schon mal irgendwo gehört alles gut alles gut alles gut das muss Sam sein komm ah wilde Knutscherei im Dschungler ist das schön so jetzt klingt die Kletterei wieder an super man kann es natürlich auch umständlich machen ihr böse Buben alter da geht was dann kommen wir hier runter ja sicher aus so sicher wie alles auf dieser Insel zack okay dann mal klettern da können wir uns doch sicherlich festhalten das war ja klar das ist ja komm wir müssen zu ich muss irgendwie zum Strand Alter jetzt geht es wieder ab was mach ich denn Gott den haben wir schon mal ja ist das ich muss irgendwie zum Strand super Entdeckung ihr seid witzig habt Nasen echt nicht für ja ich bin ich bin ich bin sehr nicht ich bin Oh, Alter. Erstmal wiederholen. Genau. Das sind Pisser. Echt. Passiert nix. Da passiert nix. Sage ich doch. Das sind Pisser. Was ist das? Wow, Alter. Aber ich hab doch zwei Granaten. Warum sagt mir das keiner? Gut. Hier haben wir sechs Schuss. Hier haben wir 60 Schuss. Sehr schön. Echt jetzt? Super! So. Ach, ne. Jetzt kommen schon wieder die Typen da. Ah! Klar. Boah! Oh, Scheiße! Boah! Shit!